Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Pixelmon. Ein neues Projekt von mir, momentan leider noch Singleplayer, weil der Server einfach nicht aufgehen will. Ich komme nicht drauf, also wenn ich schön Server klicke, dann kommt Server SD starting, please wait before reconnecting. Und ja, ich habe alles richtig gemacht, aber irgendwie ein Mod oder so macht Probleme, dass der Server so langsam startet oder gar nicht startet. Und es gibt keine Fehlermeldung, es gibt überhaupt nichts. Deshalb momentan Singleplayer-Projekt und das wird dann zum Multiprojekt umgewandelt, wenn der Server auf ist. So, die Mods sind hier drin. Da könnt ihr ja mal ein bisschen kurz durchschauen. Könnt ihr zum Beispiel kurz stoppen, wenn ihr das genau sehen wollt. Es sind also eigentlich nur Pixelmod drin und ein paar Mods, die Bau, also Klötze reintun. Und zum Beispiel Misscraft ist noch drin, wo man Welten machen kann. Damit die normale Welt nicht zu sehr abgefarmt wird. Und dann noch Hutmods. Ja, Nutzerinterface-Mods. Und ja, was noch? Minimap, genau. Optifine und Fastcraft. So, in diesem Projekt habe ich gedacht, wir machen verschiedene Städte, die mit Routen verbunden sind. Aber alles so ein bisschen in einem modernen Gewand. Also alles ist so in der Neuzeit. Also Pokémon. Das würden wir ein Pokémon-Spiel erschaffen. Mit extrem modernen Sachen. Also nichts, wo ein Pixelmod, also wie ein Pokémon-Spiel so ein bisschen, ja, eher altmodisch ist. Das ist so. So ein richtig, ja, nicht allzu modern, aber so, dass es einfach cool aussieht. Das heißt, wer ein bisschen etwas Cooles an sich hat. Und dafür hat jedes Dorf ein anderes Setting, eine andere Bauart, einen anderen Typ. Und eventuell eine Arena, je nachdem. Und jede Region hat dann ein anderes Biom oder, ja, was halt gerade passt und so. Außerdem wird es Dungeons geben, es wird Jump'n'Runs, es wird Rätsel geben, es wird sogar Team Rocket und andere böse Gegenspieler geben. Es gibt dann auch eine Pokémon-Liga und alle Seiten. Es gibt nämlich 38 Orten in diesem Pixelmon-Spiel-Mod. Und da haben wir also mehr als genug Zeit und Lust zu machen. Aber jetzt kommt ja erst das Singleplayer-Projekt. Da werden wir einfach mal gucken, was wir alles so bauen können im Multiplayer dann. Und weil es ein Let's Player-Projekt ist, darf jeder Let's Player, der will, natürlich mitmachen. Hauptsache, er fällt sich gut und ernervt andere Let's Player nicht. Wir werden das natürlich dann kontrollieren und so. Aber natürlich nicht so, dass, wenn ihr aufnehmt, ich euch oder andere euch nachspionieren oder so. Es ist einfach so, dass man halt keine Plugins hat und deshalb alles nicht so safen kann. Also wenn ihr irgendetwas, etwas zustößt oder so, wir können es nicht garantieren, dass wir das alles wieder aufbauen können und alles auch sehen können, wer es war. Also im Singleplayer probiere ich noch ein paar Sachen aus, zum Beispiel Welten machen, weil wir im Multiplayer dann Farmwelten machen wollen, wo man dann überall in den Städten betreten kann. Oder dann gibt es in anderen Städten andere Farmwelten und so weiter. Und ja, mal schauen, wie lange es geht, bis der Server an ist und vielleicht mache ich das Singleplayer-Let's Play danach ein bisschen weiter. Aber das ist nun alles. Ich werde jetzt mal die Welt machen und werde ihn mit diesem Seed bestücken. Ich weiß jetzt nicht, wo man das... Man kann nicht da anschauen, was das für ein Seed ist. Aber ich kann ja mal kurz eingeben. Gebe ich ihn mal hier ein. Das ist der Seed. Der ist recht gut. Der gefällt mir, weil es recht viele Biome in der Nähe gibt. Da können wir richtig gut die Pokémons auch fangen und so weiter. Und auch sehr viel Grünland zum Bauen von Städten ist vorhanden. So, also ich danke euch fürs Anschauen dieses Informationsparts, Part 0. Und wir sehen uns dann im ersten Part. Dankeschön und Tschüss!